Heftige Kritik gibt es nach den Protesten gegen die Corona-Maßnahmen in Leipzig gestern. Und zwar sowohl daran, dass die Demonstration überhaupt erlaubt worden ist, als auch an der Gewalt gegen Journalisten und Polizei. Nach der Auflösung der Demonstration mit etwa 20.000 Teilnehmern kam es zu Ausschreitungen. Thomas Gonsier berichtet. Es gibt Corona-Regeln und es gibt das. Dicht an dicht, mitten in Leipzig. Masken, Abstand, Fehlanzeige. Umso mehr Aggression. Hier fliegt Pyrotechnik. Angriffe auf Journalisten und Polizisten. Friedlicher aber viel zu voll die Querdenken-Demo zuvor. Tausende kritisieren die Corona-Maßnahmen und missachten die Regeln. Das, was da passiert ist, ist in höchstem Maße eine Gefährdung. Nicht nur derjenigen, die dort waren, sondern von uns allen. Aus Sorge vor Ansteckung, Ansammlungen, Gedränge vermeiden, das will auch die Bundesregierung, auch beim Tag der offenen Tür. Die Pforten bleiben geschlossen, die Kanzlerin aber offen für Bürgerfragen im Internet. Etwa, wenn es einen Impfstoff gibt, wer bekommt ihn zuerst? Ganz vorne dran sind natürlich Pflegekräfte, Ärzte und auch Menschen, die zu einer Risikogruppe gehören. Und eine Impfung werde freiwillig sein. Verpflichtend gilt neu, wer aus Risikogebieten zurückkehrt, muss sich digital anmelden. Und muss in Quarantäne. Aber nicht mehr wie bisher 14 Tage, sondern nur noch 10. Die Quarantäne kann noch kürzer werden, wenn der oder die Betroffene frühestens an Tag 5 einen negativen Test vorliegt. Es gibt Corona-Regeln und es gibt ein Ziel, das Virus in Schach halten.